einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen in diesem video ich hoffe ihr habt gut gefrühstückt denn es steht eine riesige thematik an die kontrazeption die verhütung viele von euch wissen ungefähr wie das so läuft mit den bienchen und blümchen und wie man das verhindert viele haben von der pille gehört oder von spiralen oder vom kondom aber wie das genau funktioniert erkläre ich euch in einer videoreihe über die verhütung und damit herzlich bekommen in diesem video wir haben es in dem blog auch schon erzählt es ist der klassiker über den heute sprechen die hormonelle verhütung mit der pille und das ist nicht nur die pille gibt das werdet ihr spätestens nach diesem video verinnerlicht haben aber es ist eben in deutschland der absolute klassiker fast die hälfte der frauen in deutschland verhüten mit der pille warum das so ist weil es eben eine super simple methode ist die extrem sicher ist was den verhütungseffekt angeht ergo machen das natürlich viele frauen was gibt es für unterschiede bei der pille zunächst einmal gibt es unterschiede in der hormonzusammensetzung wir haben das im blog artikel besprochen und es bietet sich wirklich an da noch mal rein zu gucken östrogene und gästergene sind nicht nur in einer festen dosierung immer zu geben sondern es kann kombiniert werden gerade bei den gästergene gibt es eine vielzahl von präparaten auf dem markt und bei den östrogen kommen auch immer mal wieder welche dazu und die schon allein mathematisch miteinander kombiniert gibt eine hülle und fülle an kombinationsmöglichkeiten untereinander und dann kommt noch die dosierung dazu man versucht natürlich ein möglichst wirkungsreichen und nebenwirkungs armen kombinationsmechanismus zu finden damit der verhütungseffekt da ist ohne die nebenwirkung die es ja auch gibt haben im blog artikel besprochen das sind die unterschiedlichen möglichkeiten die hormone zu kombinieren und deren verschiedensten dosierungen das ist wirklich mega komplex deswegen gibt es so viele pillen dann gibt es noch die möglichkeit wie gebe ich denn die pille beziehungsweise wie nehme ich sie ein da gibt es auch unterschiede und da blende ich euch jetzt mal eine wunderschöne grafik ein die nicht von mir stammt sondern mit von der quelle die darunter aufgeführt ist und dann sieht man ganz genau es gibt verschiedenste möglichkeiten diese pille eben auch einzunehmen wir fangen mal oben an bei dem klassiker das einphasen präparat das kennt glaube ich jeder man nimmt drei wochen die pille durch und dann hört man auf kriegt eine abruhblutung also eine periodenblutung es gibt aber auch pillen hersteller die sagen okay die frau soll einfach jeden tag so eine pille nehmen nur die letzten pillen haben eben gar keine wirkung mehr sind quasi smarties aber sie kommen nicht aus diesem rhythmus raus haben trotzdem diese abbruch blutung weil da eben die hormone fehlen das ist so der klassiker gibt aber auch wie ihr seht einphasen präparate im langen zyklus wo man eben drei monate quasi die pille durchnimmt und dann sagt ja so ganz auf die blutung verzichten möchte ich aber auch nicht hat dann die abbruch blutung und nimmt dann wieder drei monate die pille durch dann gibt es das ganze aber noch länger dass man sagt okay ich nehme die pille einfach komplett durch kontinuierliche therapie kontinuierliche gabe man hat also als frau gar keine blutung mehr und da haben neueste studien auch gezeigt es hat auch gar keinen negativen effekt die nebenwirkungsrate ist nicht höher als bei den einphasen präparaten in einem langen zyklus oder in dem ganz normalen zyklus das heißt wir haben keinen negativeren effekt es gibt aber frauen die hätten gerne ihre periode gibt es tatsächlich es gibt auch frauen die sagen da kann ich eigentlich darauf verzichten und es gibt medizinische indikationen zum beispiel frauen die eine ganz schlimme migräne haben zur periode immerhin oder ein ganz schlimmes pms ein prämenstruelles syndrom habe ich auch schon mal ein video zu gemacht verlinke ich euch auch mal da sagt man okay dann wenn wir die periode umgehen können die abbruch blutung und diese hormonschwankungen dann machen wir das auch wenn das jetzt gar keinen negativen effekt hat also nehmen wir die pille komplett durch dann wie ihr seht und das wissen jetzt vielleicht die wenigsten gibt es auch sogenannte zwei stufen und drei stufen präparate ihr seht hier an diesem ja was ist das hellviolett das sind quasi die östrogen anteile mit den dosierungen und das dunkle violett sind die gestagene man versucht jetzt also sich an diesen weiblichen zyklus heranzutasten und sagt okay am anfang habe ich ja mehr die östrogene dann irgendwann imitiere ich diesen eisprung dann kommen die gestagene hinzu alles in einer gewissen dosierung dass natürlich der verhütungseffekt da bleibt aber man möchte den weiblichen zyklus trotzdem möglichst nahe kommen deswegen wurden diese zwei stufen und drei stufen präparate eben erfunden um dieses ganze zu imitieren und dann gibt es noch sequenz präparate damit es natürlich ganz übersichtlich wird haben die sich gedacht okay wir nehmen erst mal nur die östrogene bis zum tag x das ist meistens in der mitte des zyklus und gibt dann das gestagen gehen erst hinzu hat also vorher gar kein gestagen mit drin das ganze nennt sich auch die mikropille die mikropille deswegen weil unsere eltern beziehungsweise unsere mütter ich hoffe nicht dass unsere väter das genommen haben unsere mütter haben früher monster hormon bomben geschluckt und dann ist man immer weiter runter gegangen mit der dosierung hat sich herangetastet an den minimalen dosierungseffekt wo man natürlich noch keine nebenwirkung hat im sinne von zwischenblutung und hat dann gesagt okay das nennen wir jetzt mikropille denn diese dosierung ist jetzt so mikro dass man das ganze mikropille nennen kann dann gibt es aber auch noch und das seht ihr jetzt ganz unten dieser grafik die mini pille die mini pille besteht nur aus dem gelbkörper und dem gestagen stillende mütter und auch endometriose patienten werden jetzt wissen nicken und sagen ja stimmt die nehme ich ja denn die mini pille hat auch spezielle indikationen zum beispiel bei stillenden mütter möchte man natürlich nicht dass der säugling konfrontiert wird mit östrogenen deswegen sagt man okay um diesen verhütungseffekt trotzdem zu haben und das gestagen das haben wir im blog artikel gemerkt ist ja hauptverantwortlicher für den verhütungseffekt können die stillenden mütter trotzdem eine pille nehmen und verhüten trotzdem bei endometriose patienten ist das östrogen ausschlaggebend dafür dass die erkrankung schlimmer wird man möchte also mit dem gestagen versuchen da diese endometriose ein bisschen her zu werden also es gibt auch indikationen für so eine gestagen mini pille und das haben wir in diesem blog artikel auch gelernt dass östrogen hat auch schon einen verhütungseffekt ein gewissen hauptverantwortlicher ist aber das gestagen östrogene stabilisieren aber den zyklus ungemein und da werden jetzt auch alle wissen nicken die mal nebenwirkungen haben mit dieser gestagen variante da gibt es ja auch verschiedenste spiralen zum beispiel oder auch dieses verhütungsstäbchen denn die machen gerne mal zwischenblutungen was extrem lästig sein kann die zyklus stabilisierung also dass das nicht passiert bieten die östrogene deswegen ist diese kombinationspräparate sind die so en vogue und so gerade gefragt und da kommt natürlich die gretchenfrage immer auf ja was ist denn jetzt die beste variante der lange zyklus der kurze zyklus die sequenzen was soll ich denn nehmen was denn perfekt für mich ja das kann pauschal niemand beantworten ohne dich zu kennen das heißt man muss gucken gibt es da jetzt einen grund dafür dass man vielleicht den zyklus imitiert gibt es einen grund dafür warum man den langen zyklus wählen sollte eben diese migräne patienten zum beispiel gibt es einen anderen grund möchtest du vielleicht sogar auch eine blutung haben gibt es ganz viele frauen die sagen ich brauche das irgendwie für mich dann gereinigt also nimmt man die ganz normale variante mit den drei wochen und dann eine abbruch blutung kann man pauschal nicht beantworten alle haben so ihre vor und auch ihre nachteile und das muss man ein bisserl auch dann mit seiner gynäkologin unserem gynäkologen experimentieren und auch fragen was möchte man eigentlich und dann auch die vor und nachteile individuell besprechen ein paar kleine basics noch die wichtig sind zu wissen die auch zu jedem aufklärungsgespräch wenn es um die pille geht dazu gehört frage ist ja auch immer wann nehme ich die denn jetzt ein ich habe zum ersten mal die pille verschrieben bekommen wann soll ich die denn jetzt einnehmen mitten im zyklus bei meinem eisprung danach davor am besten ist es eigentlich wenn nichts dagegen spricht von euren ärztinnen und ärzten am ersten tag der regelblutung mit der ersten tablette zu beginnen der schutz der verhütungsschutz ist dann auch in der regel gewährleistet wer wirklich auf nummer sicher gehen möchte nimmt für den ersten zyklus der pillen zyklus noch mal eine barriere methode also zum beispiel das kondom mit dazu ein zweiter wichtiger punkt die verhütung mit der pille ist extrem sicher wir haben die perle nichts gehört das ist somit das beste was es gibt aber es schützt natürlich nicht vor geschlechtskrankheiten das dürft ihr niemals vergessen das schützt nur vor einer möglichen schwangerschaft dritter punkt wenn ihr andere medikamente nehmt vielleicht seid die epileptikerin und nehmt da medikamente ein oder ihr seid habt depressive verstimmungen nehmen zum beispiel johanniskraut es gibt viele medikamente die mit der pille wechsel wirken die zum einen zur abschwächung führen können der pillen wirkung aber auch zur verstärkung und da vor allem zur verstärkung der nebenwirkung es ist also wichtig euren frauen ernsten draußen zu sagen was ihr für medikamente noch zusätzlich einnehmen damit wir checken können hat das wechselwirkung mit der pille nachher nehmt ihr die pille und sie wirkt gar nicht oder wirkt viel zu stark dritter punkt wäre zum beispiel auch das antibiotikum ein antibiotikum kann auch diese pillen wirkung einschränken das heißt sobald ihr ein antibiotikum nehmt ist dieser verhütungseffekt mit einer hohen wahrscheinlichkeit nicht mehr hundertprozentig gewährleistet auch da gilt zusätzlich verhüten erbrechen und durchfällerkrankung wäre punkt vier wenn ihr die pille gerade genommen habt und dann eine halbe stunde später brechen müsst ist die pille schön in der toilette oder wo auch immer im eimer gelandet da habt ihr auch keinen verhütungseffekt da müsst ihr also gucken wie lange ist das her dass ich die pille eingenommen habe kann die schon immer im dünndarm gelandet sein und aufgelöst sein ohne dass ich es erbrochen habe im zweifel immer zusätzlich verhüten wenn ihr denn wenn ihr euch eh schon übergebt und es euch nicht gut geht überhaupt geschlechtsverkehr haben wollt aber das ist wichtig zu beachten auch durchfallerkrankung ein großteil des östrogens der dann irgendwann im darm landet wird rück reserviert das heißt rück gewonnen wenn ihr durchfallerkrankung habt geht das ganze östrogen flöten das heißt auch da ist die pillen wirkung eingeschränkt das sind alles wichtige punkte zu wissen jetzt noch mal zu den nebenwirkungen vor allen dingen in den ersten drei bis sechs monaten weil in den ersten drei monaten kann es auch wenn ihr das erste mal diese pille nimmt zu zwischenblutungen kommen zu brust spannen kommen zu ein bisschen übelkeit und kopfschmerzen kommen den ersten drei monaten gehört das definitiv beobachtet aber ist im rahmen des normalen das heißt wenn ihr in den ersten drei monaten der pille zwischenblutungen habt müsst ihr nicht nach dem ersten zyklus quasi zur frauenärztin nur zum frauenarzt rennen und sagen es funktioniert nicht habe jetzt schon zwischenblutung sondern da muss man erst mal dem ganzen zeit geben wenn das wirklich nach drei monaten nicht besser ist und vor allem nach sechs monaten muss man bei den zwischenblutungen zum beispiel diesen östrogenanteil doch ein bisschen erhöhen weil der haben wir gelernt stabilisiert den ganzen zyklus gibt also auch im rahmen dieses aufklärungsgespräches sehr sehr viele dinge zu beachten die nebenwirkungen haben wir in dem blog auch ausführlich besprochen sind natürlich allumfassend und das wichtigste überhaupt das sind so dinge die ihr wissen solltet was wir als ärzte unbedingt wissen sollten sie natürlich die ganze vorgeschichte an amnese gibt es da irgendwelche tromboembolischen ereignisse die wichtig sind also wirklich lungenembolie thrombosen in der vorgeschichte sind so die wichtigsten weil eben auch eines der wichtigsten nebenwirkungen von so einer pille also da gehört schon langes gutes gespräch zu das ganz wichtig und deswegen ist dieses video auch ganz wichtig dass man sich einfach mal so grob umfassend einfach informieren kann aber ausführlich muss das natürlich jede ärztin und jeder arzt mit euch besprechen es ist eine gemeinsame entscheidung habe ich auch in dem blog artikel oft angesprochen es ist wirklich eine gemeinsame findung der richtigen möglichkeit und das geht nur individuell und nicht bei youtube in einem pauschalen informationsvideo ich hoffe ihr habt einigermaßen überblick bekommen was es alles gibt es gibt relativ viel und das ist jetzt noch die kurzversion gewesen mit all den vor und nachteilen wir sehen uns im nächsten video wieder da geht es auch um hormonelle verhütung aber eine andere art bis dahin abonniert auf jeden fall diesen kanal um nichts mehr zu verpassen guckt auch mal bei instagram und facebook vorbei auf meiner website über den blog brauchen wir nicht mehr reden haben jetzt genug gesprochen wir sehen uns dann wünsche euch einen schönen tag bis dahin tschüss und Untertitelung des ZDF, 2020